Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich bin der Ritter und der Paladin, der König, der Gott von Grand Theft Auto V. Und ich melde mich wieder offline mit einer Waffe in der Hand zurück und mit dem Glauben, meinen Clan in Grand Theft Auto V ganz nach oben zu pushen, nämlich die Zombie Cowboys. Seht, meine Brutalität in GTA. Seht, meine Sniper. Seht, die Unterwäsche dieser geilen Frau. Okay, ich bin mal wieder hier und ich begrüße auch meine lieben Trolle auf YouTube. Und ich sehe mich persönlich auch als YouTube-Droll, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ja, ich bin doch schon ein YouTube-Droll, weil ich es liebe, zu provozieren auf YouTube. Und das macht mir auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß. Und was ist das? Nein, das ist kein Marihuana, das ist das sogenannte Wildschleimkraut. Das Wildschleimkraut, meine Freunde, ein echtes Wildschleimkraut. Oh mein Gott, das wächst doch eigentlich doch nur in den Bergen von Los Santos. Ja, was macht das denn hier? Ist das nicht schön, die Ökologie von Los Santos zu erkunden, ihr Schweine und Fans? Und schaut, wie sie wegrennt vor mir, vor dem Lieder der Zombie-Cowboys? Egal, wir nehmen uns das Auto hier und, ähm, ich melde mich heute zurück, weil ich dieses Video einem YouTuber widme, der schon längere Zeit auf meinem Kanal sein Unwesen treibt. Ja, ein YouTuber treibt sein Unwesen und der heißt, äh, X-Plays, 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 so in der Art. Und, und, ja, ich fordere dich heraus, ein 1-Würse-1 wird es geben, im Februar werde ich das tun, lieber X-Plays, und ich fordere dich heraus. Und wenn du gewinnst, bekommst du von mir meine Playstation 4 und alle anderen können mich auch herausfordern. Weil ich bin bereit, für meine Sache zu kämpfen. Weil ich bin der Chef der Lieder der Zombie-Cowboys und ich habe keine Angst vor Clan-Kriegen. Nur, ich habe meine Schergen, meine Soldaten, die für mich kämpfen. Und es sagen viele Leute, ich besitze gar keinen Clan. Ich besitze keinen Clan-Zombie-Cowboys. Den Clan gibt es gar nicht. Nein, das gibt es nicht. Nein, nein. Wo schaut ihr denn? Wo schaut ihr? Natürlich gibt es den Clan auf der Playstation 3 nicht. Aber wir sind schon eine Evolution weiter. Auf der Playstation 4. Und da steht der Name eindeutig. YouTube. Gamescom. Auf Schwarz und Weiß steht der Name da. Ich bin der König. Akzeptiert es endlich. Und ich lasse mir nichts von den Ungläubigen sagen, dass ich nicht der Lieder bin. Weil ich der Chef bin. Ich bin Gott. Ich bin Gott von Los Santos. Einen höheren Titel gibt es gar nicht. Zumindest könnte ich mir das jetzt so nicht vorstellen, dass es einen höheren Titel gibt als den Titel von Gott. Könnte Gott so etwas? Wo bist du, Prinz? Das kann nur ich! Es wäre rot! So. Wir sind jetzt hier vor dem... Man weiß nicht, wo das ist. Könnte das Rathaus sein in Los Santos. Schaut! Seht! BAM! 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 Püfff... FAKE! Die Macht sei mit mir! Okay. So sieht's aus. Schaut! Wasser kommt aus der Erde! Meine Macht ist unglaublich! Er zittert vor der Angst von YouTube Gamescom. Und unterwirft euch! Dem König! Und nun kommen unsere Feinde wieder. Die Polizisten. Das wird ein brutales Clanwalk geben. Aber es ist mir egal. Ich gehe hin. Richte die Waffe auf sie. Und schaut meine Unsterblichkeit an. Er schießt auf mich, aber er kann mir keinen Schaden zufügen. Ich bin mächtig. Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Eu to Gamescom auf der Playstation 4. Ciao! Und macht's gut! Ich gehe nicht nur Schaden! Wohin! Das wird in dem Moment beeowered. Aber wie nationalverfügel ist... Da kommt ganz wohl. Sper reinforce. Vielen Dank.